Für den kommenden Winter empfehle ich folgende Tour, die ich letztes Winter gemacht habe. Und zwar eine Schneeschautour. Für diese Schneeschautour gibt es ein Combi-Ticket, welches man bei Kur-Tourismus und bei den ÖV-Unternehmen besuchen kann. Man kann für Kur-Ausgleich für starten. Mit der RHB fährt man auf Fretzöns, läuft man noch zur Talstation von der Feldis Bergbahn, fährt man nach oben bis zuoberst oben, am Schluss nimmt man noch die Sessel, und dann kann man mit den Schneeschauen bis auf den Treibündenstein laufen. Man hat eine fantastische Panoramasicht hier oben. Wirklich eine Weitsicht, eine 360 Grad Weitsicht, wo man auf dem Treibündenstein laufen ist. Das sieht man in alle Regionen und Richtungen in Graubünden. Wunderschön, man ist auch nach zuoberst oben. Man kann dort noch etwas essen essen, und dann fährt man mit dem Band wieder auf die Kur-Ausgabe. Ein kleiner Geheimtipp noch, wenn man in Feldis ankommt, auf der Alp Ragutta. Dann kann man dort noch Schritschow fahren auf dem Eisfeld mit der fantastischen Sicht auf die Pizza Beverine. Oder man kann in der Skihütte Feldis dort noch einen feinen Kaffee trinken, oder einen heissen Schokolade essen, und sich dann stärken, bevor man auf die Tour geht. Die Tour ist natürlich auch machbar in eine andere Richtung. Ich wünsche viel Spaß auf der ersten Mischung.